Ich bin der Günther, ich mache es der Bude. Frohes Fest, weil heute ist Weihnachten, wie ihr alle wissen dürftet. Sorry, das war mein Virenschutz, der abgelaufen ist. Toll, die Atmosphäre zerstört. Also an sich ist das Ganze nur ein kurzes Ankündigungsvideo, weil ich weiß schon, ich will eigentlich ein Weihnachtsgeschenkvideo an die Community machen. Das werde ich heute nur nicht mehr fertig kriegen. Deswegen wird es verspätet kommen. Also heute nur mal kurz dieses eine Infovideo von mir und dann noch das TCG Advents Special und eine Folge Mario Galaxy 2. Und dann in den nächsten Tagen, vermutlich am 26. oder 27. Dezember, wird ein richtig geiles Video als Weihnachtsgeschenk kommen. Mit lauter coolen Ankündigungen für 2019, die man besser nicht verpassen sollte. Also, wenn ihr euch schon freut und noch kein Abonnent des Kanals seid, könnt ihr immer ein Abo dalassen. Über Likes freue ich mich auch immer. Könnt gespannt sein. Ich streng mich an, dass es so bald wie möglich kommt. Ciao und frohes Fest. Ciao und frohes Fest.